Liebst du auch schottischen Single-Malt? Möchtest du auch vom Erfolg dieser Marken wie Artback profitieren? Möchtest aber gleichzeitig nicht 20 Flaschen zu Hause bunkern? Dann kannst du dich beteiligen am Unternehmen LVMH. Das Unternehmen mit Besitz in Frankreich generiert einen Umsatz von ca. 42 Milliarden Euro pro Jahr und ist dabei hoch profitabel. Nebst Marken wie Artback, wie du gerade gesehen hast, verfügt das Unternehmen über zig andere Luxusmarken auch im Uhrenbereich wie Zenit oder Hublot.